Ein neuer Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Acht Personen haben in diesem blauen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,4 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis